Einrichten von Rabatten für das Direct Booking Portal In diesem Video richten wir Rabatte für das neue Portal, das Direct Booking Portal, ein. Diese Webseite ersetzt die aktuelle Webseite www.hoteliers.com. Das Direct Booking Portal ist eine Webseite, auf der Gäste Hotels vergleichen können. Gäste können die aktuelle Verfügbarkeit von Hotels einsehen. Der Vorteil von hoteliers.com ist, dass Gäste direkt beim Hotel buchen. Die Buchungen sind provisionsfrei, sodass Hotels diesen Vorteil in Form eines Rabatts mit den Gästen teilen können. Der Rabatt wird auf der Webseite deutlich hervorgehoben. Wir werden den Rabatt nun über das Dashboard einstellen. Gehen Sie zu Preise und Verfügbarkeit und Rabatte. Zunächst ist es wichtig, den Bedingungen zuzustimmen. Sie stimmen zu, dass der auf www.hoteliers.com angezeigte Rabatt tatsächlich dem Gast gewährt wird. Sie stimmen den Bedingungen einmal zu. Wenn Sie diese Seite das nächste Mal besuchen, werden Sie sehen, dass das Häkchen bereits gesetzt ist. Legen Sie nun den Prozentsatz fest. Wir empfehlen einen Rabatt von 7% oder mehr. Je höher der Rabatt, desto besser wird das Hotel auf der Website gerankt. Geben Sie schließlich an, ob der Rabatt bereits im Zimmerpreis enthalten ist. Nehmen wir an, dass Ihr niedrigster Zimmerpreis bei 100 Euro mit einem Rabatt von 7% liegt. Wenn Sie Ja wählen, wird der Startpreis als ab 100 Euro angezeigt. Wenn Sie Nein bei einem Startpreis von 100 Euro wählen, wird der Rabatt abgezogen und der Startpreis wird als ab 93 Euro angezeigt. Klicken Sie anschließend auf Rabatt speichern. Der Rabattprozentsatz ist nun für www.hoteliers.com festgelegt. Der nächste Schritt besteht darin, den gleichen Rabattprozentsatz auf der Website des Hotels festzulegen. Wenn Sie eine Buchungsmaske verwenden, die nicht von hoteliers.com stammt, können Sie den Rabattprozentsatz auch außerhalb unseres Systems festlegen. Wenn Sie die Buchungsmaske von hoteliers.com verwenden, können Sie den Link Rabatte festlegen verwenden. Legen Sie dann für jeden Zimmertyp den gleichen Rabattprozentsatz fest. Die Einstellungen für automatische Zimmerrabatte und für das Corporate-Modul gelten nicht für die Einrichtung des Rabatts für das Direct Booking Portal. In diesem Video haben wir den Rabatt für das Direct Booking Portal für www.hoteliers.com festgelegt. Vergessen Sie nicht, den gleichen Rabatt in Ihrer Buchungsmaske einzustellen. Sehen Sie sich das Video Einrichten von Rabatten für die Buchungsmaske an, wenn Sie die Buchungsmaske von hoteliers.com verwenden. Das Direct Booking Portal wird voraussichtlich im September oder Oktober 2020 live gehen.